ja moin moin youtube freunde wir kommen zu einem neuen video diesmal ein angebot mit dem ich mich an die geschäftsleitung der bäck gmbh kette richten möchte an die geschäftsleitung der einer der größten bäckerei ketten deutschlands und zwar möchte ich mich selbst anbieten dass ihr ja dass ihr mich sponsoren könnt ihr könnt mich jetzt sponsoren indem ihr mich in einem neuer in einem ein eier neuer bäckereien als maskottchen aufnimmt und mich dort ja dort quasi dauerhaft ja tagsüber zumindest ja dass ich mich dort aufhalte und die überschüssigen brötchen dort verkonsumieren und ja alles kostenloser service und für mich und im gegenzug wird dieses eine diese eine bäckerei dann besonders bekannt werden weil ja ich habe einige ich habe auf youtube jetzt schon einige zuschauer die werden alle gut vom start bezahlt die pressen alle schon den start aus bis auf den letzten cent und da werden wir dann unsere fan treffen machen bei eurem bäck und das wird euch eure umsätze in dieser einen filiale wird sie ja in die höhe schießen lassen würde ich mal sagen und das ist auch dieses ja der vorschlag an euch dass ihr dieses konzept welches hier in emskirchen im bäck welches ihr dort entwickelt habt so ein dass man sich halt solidarisch zeigt dass man einen obdachlosen in jeder filiale sozusagen aufnimmt und dort die ja um eine sinnvolle verwendung für die überschüssigen brötchen zu bekommen und sich natürlich sozial verantwortungsbewusst gegenüber der bevölkerung zeigt also dass man einem obdachlosen hilft ich war ja übrigens auch schon mal obdachlos also ich werde auch wieder obdachlos wenn ihr wenn ihr wollt dass das die bedingung ist dann werde ich auch wieder hier ein obdachlos und dann kann ich als obdachloser bei euch im beckhausen als mein häufigster aufenthaltsort und ja genau ja meine lieben youtube freunde leitet das video an die geschäftsleitung der beck gmbh weiter und danke für eure aufmerksamkeit und ich hoffe wir können dann eine eine tolle kooperation zusammen einleiten